Musik Die Vorbau 396 Wohneinheiten in Berlin-Pankow. Das ist ein Projekt mit jeweils 66 Wohnungen pro Haus. Das besteht aus sechs Häusern mit einer Gesamtwohnfläche von knapp 30.000 Quadratmetern. Und eine Tiefgarage mit 218 Bestellplätzen. Musik Wir erstellen den Rohbau mit unserer Schwesterfirma vor Polska und arbeiten Hand in Hand im Schlüsselfertigbau mit der UBM. Musik Wir haben die Besonderheit, dass wir an diesem Gebäude eine Fassade haben mit vorgesetzten Sichtbetonfertigteilen. Diese Spezialbauweise haben wir mit der DOCA entwickelt, damit wir kein Gerüst einsetzen müssen, da dieses bei dem Einfahren der Fertigteile gestört hätte. Eine weitere Besonderheit ist der Eingangsbereich der Gebäude. Da ist eine freitragende Treppe und wir haben 80 Tonnen von den Treppen bis in den Keller abstützen müssen, um sie in einem Gang zu betonieren. Musik Das Finishing der Fassaden besteht aus den Ortbetonelementen mit dahinterliegenden Begrünung und der Holzfassade und Holzfenster, die mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt wurde. Musik Als Musterwohnung haben wir eine Standardwohnung erstellt und dort sind alle Materialien verbaut worden. Musik Für mich persönlich ist es wieder ein Erlebnis, das ich in der Stadt bauen darf, da ich hier auch seit 1999 wohne und das Stadtbild verändern kann. Musik 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 Musik